Und damit herzlich willkommen zum Weihnachtslisten-Podcast, diese Folge vielleicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht wissen es Jean Hauke. Hallo Jean, hallo Hauke. Also versammelt haben am gemeinsamen Lagerfeuer, hinten sieht man ja eine, nein sieht man kein Lagerfeuer, aber ja schön, dass es wieder so geklappt hat und auch zum letzten Mal Fuchsflash dieses Jahr. Genau, dass du gleich wieder so negativ reingehen musst. Scheiße, also das ist mir denn überlassen, also ihr sagt nur die positiven Sachen und ich werfe denn solche Dinge mal rein, um die Stimmung so ein bisschen zu dämpfen, nicht dass es heute zu euphorisch wird. Absolut, so ist das, auch einen schönen Abend von meiner Seite aus, auch einen schönen Abend an Markus und Ingo, die sind ja schon fleißig im Kommentieren. Es ist Podcast, meine Kerle, absolut. Und wir sind natürlich perfekt vorbereitet hier. Perfekt. Ich muss sagen, ich feiere das Tuxflash-Logo immer noch sehr drauf auf dem T-Shirt, mega cool. Ich traue mich gar nicht, ein neues zu entwickeln, wie ich es eigentlich vorhatte, weil das T-Shirt dann nicht mehr aktuell ist. Also nur leicht verändern, sodass man Klebestreifen drüber machen kann, so wie ich das ja bei der Tux-Tagetasse gemacht habe. Ich habe hier die 2022 Edition und ich habe hier einfach so ein Stück Klebeband genommen und aus der 1, 2, 1, 3 gemacht. Also vielleicht sowas Einfaches, dass es, keine Ahnung, leicht zu modifizieren ist. Ihr habt ja beide schon meinen ersten Entwurf gesehen. Also ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie wild das dann wird, aber wir werden sehen. Das sah schon mal ganz gut aus, fand ich. Ja, ja, ja. Fand ich ganz gut. So wie die neuen Logos von Suse. Wir wollten doch zum Jahresende nicht so negativ starten. Das haben wir uns ja am Dienstag schon angeguckt. Also einige davon sind sehr interessant und bei einigen könnte man durchaus vielleicht so eine passiv-aggressive Note unterstellen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute Slowroll gemacht, OpenSUSE Slowroll als Video und habe mir es nicht nehmen lassen, die Schnecke tatsächlich, die als Vorschlag da für Slowroll drin ist, als Logo zu übernehmen. Das war doch, war sehr unterhaltsam. Okay, den habe ich nicht kapiert. Ich dachte, ich habe es einfach so hingenommen. Ich dachte mir kurz, hör, was ist denn das für ein Quatsch? Aber okay, als ich es gesehen habe. Ist ein offizieller Logo-Vorschlag dafür. Von daher, wie gesagt, den nehme ich. Das ist meine Stimme dafür, ja. Das ist so herrlich blöd. Linux-Geist-Approved. Linux-Geist-Approved, auf jeden Fall. Das ist eine Schnecke einfach nur, ne? Aber sehr süß. Sehr, sehr süß gemacht, auf jeden Fall, finde ich. Ja, mal sehen, was sich da durchsetzt. Was wir eigentlich heute machen wollen, um mich mal ein bisschen durchzusetzen hier in der Moderation, haha. So ein bisschen Jahresrückblick, so ein bisschen Resümee ziehen über das Linux Open Source Jahr und auch so ein bisschen oder eigentlich hauptsächlich, weil sich ja unser Podcast damit beschäftigt, unser Podcast. Und da würde ich ganz gerne einfach mal den Anfang machen mit unserer ersten Folge über die Chemnitzer Linux-Tage. Nicht wegen den Chemnitzer Linux-Tagen, die waren auch ganz toll. Aber das war der Auftakt unseres Tuxflash, wie er jetzt aktuell ist, nach einer halbjährigen, kreativ-schaffens-findungspause, sag ich mal so. Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt es sehr, wie es jetzt ist in der Konstellation und wie wir ihn so quasi bewerkstelligen. Absolut. Wir hatten ja zuvor, an die Leute, die das nicht wissen, wir haben ja den Tuxflash, ich meine schon, lass mich mal zur ersten Folge runter, vor zwei Jahren gemacht. Nach dem Januar 2021 kam der, also gar nicht so lang nach der allerersten Tux-Tagesendung oder nach den allerersten Tux-Tagen. Und da haben wir dann immer andere Gäste mit dabei gehabt, aus dem Team häufig. Und das hat sich aber irgendwie langfristig nicht so richtig, ich sag mal, durchgesetzt. Da war Hauke auch noch gar nicht so lang dabei. Du warst, glaube ich, ein, zwei Mal als Special Guest dabei. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, das Trio funktioniert doch echt gut. Und seitdem, ja, gibt es uns jetzt hier immer im Dreierpack, meistens im Dreierpack, jetzt seit diesen Jahren. Und ich muss sagen, ich finde es auch super cool, so wie das läuft. Und man hat eigentlich immer sehr, sehr tolle Gespräche und weiß dann wieder direkt ein bisschen mehr, was gerade so in der Linux-Welt abgeht oder was denn so sonst Phase ist, sag ich mal. Genau. Also veröffentlicht war die Folge zumindest auf Spotify am 22.3. und die VLT waren irgendwie am 19. rum. Und ich glaube, Aufnahme war dann, lass mich nicht lügen, 20. kann das sein? Müsste. Das kann gut sein, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Muss ich mal im Kalender nachschauen. Also fragt mich nach gestern. Ich weiß es echt nicht mehr, wann das losgegangen ist. Irgendwann dieses Jahr halt. Ja, aber das passt ja eigentlich immer ganz gut. Also unsere Filterblasen, die doch schon eine sehr große Schnittmenge haben, die ergänzen sich dann ganz gut. Und wir kommen doch auch relativ schnell von einem Thema zum nächsten, ohne dass wir es merken. Und ja, solange wir alle unseren Spaß dabei haben, würde ich sagen, ist die Mission erfüllt. Und ich meine, der erste Tuxflash im neuen Gewand müsste am 30. März aufgenommen worden sein. Jedenfalls steht er da bei mir drinnen. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Nee, am 16. 16. da sehe ich hier. Da ist was eingetragen, 19 Uhr. Das wird da wohl gewesen sein, am 16. März. Wie gesagt, ich habe die Spotify-Liste vor mir offen von unserem Publishing-Tool und ich habe quasi mit dem Reboot auch die Folgentitel signifikant verändert, damit ich weiß, wann das Reboot war. Das stimmt. Und wir haben seitdem einen super coolen Hintergrund, der sich hier immer jedes Mal ändert. Und dich gibt es tatsächlich nur in, also nicht nur, sondern hier im Fenster, wenn man das als Video sieht oder als Livestream. Und wir sind hinter so einem ganz, ganz schicken grünen, hinter einer ganz schicken grünen Wand, die man tatsächlich sieht. Vielleicht kann man sich auch mal eine wirklich schöne Webcam-Ecke einrichten. Bei mir ist es aber wirklich nicht so schön, dass es vor allem die Decke, wenn Leute bei mir das erste Mal reinkommen, sagen sie, was für eine scheiß hässliche Decke hast du denn? Aber tatsächlich, die ist perfekt für die Aufnahme, weil der Schall dämpft sich tatsächlich ziemlich gut. Und von daher ist es fast wie im Tonstudio hier. Es sieht halt einfach nicht so gut aus. Du hattest so eine Haar-Gehangene, oder? Mit so Zwischenplatten, war das nicht so? Ja, genau. Zwischenplatten, die dann auch so ein paar Löcher drin haben, die den Schall auch sehr gut dann fangen. Ist schick, aber, also nee, nicht schick, aber für den Sound auf jeden Fall ganz brauchbar. Aus Akustik-Ingenieurs-technischer Sicht ist das schon gut gelöst. Sagen wir es mal so. Ja, also das ist das, also der Auftakt mit dem, wie wir es hier gemacht haben, fand ich sehr, sehr gut. Also das, das war wirklich so der, der Beginn der neuen Ära. Und den Hintergrund, so wie wir ihn jetzt haben, den behalten wir immer. Ich kann nur recht schnell die Farben ändern. Also ich finde, der ist so am besten. Wir haben ein bisschen rumgespielt, aber irgendwie finde ich den so am, am besten passendsten. Hat auch am meisten Bezug zu den Turkstagen, muss man ja sagen. Das haben wir ja auch mal eine Zeit lang gehabt. Wir haben ihn immer noch wieder, diesen Stern-Hintergrund, aber wir sind da ein bisschen abwechslungsreicher mittlerweile geworden. Ich glaube, weil wir uns alle nicht so richtig entscheiden können, was jetzt denn der, der einzige, der einzig wahre Turkstage-Hintergrund ist. Ist ja auch nicht so wichtig. Nö. Also, ja, wir nehmen jetzt erst mal den Hintergrund eine Weile. Das hat mir selber nicht mehr gefällt. Ich sag's mal so. Ja. Also, erste Podcast-Folge über die Chemnetsal-Linus-Teile. Wie gesagt, die waren auch ganz interessant. Da konnte ich mal ein paar andere Personen in Persona, sag ich mal, sehen. Ein paar andere Personen in Persona. Ein paar andere Personen real treffen. Das war schon sehr, sehr interessant. Den einen Vortrag, in dem ich noch Platz gefunden habe, der war auch ganz interessant. Beim Rest war ja recht schnell der Hörsaal voll. Das fand ich dann eher, hm, konnte man sich da noch ein bisschen mit den Standbetreibern unterhalten. Das war auch ganz schön, ja. Ist wie Familientreffen, wobei ich die Keylogs viel familiärer finde als die CLT, ne? Also, würdest du wahrscheinlich auch, oder würdet ihr alle unterschreiben, denke ich. Jetzt kann ich's auf jeden Fall. Jetzt kann ich den Unterschied. Liegt allein schon an der Größe. Ja, ganz klar. Also, Chemnets ist ja, also ich war ja nicht da dieses Jahr, aber von dem, was ihr erzählt habt, ist es deutlich kleiner geworden als die Jahre davor, also vor Corona. Also, aber es ist ja trotzdem immer noch sehr, sehr groß und wahrscheinlich die größte sprachige Veranstaltung in Deutschland oder sogar im deutschsprachigen Raum. Also, von daher, ja. Würde ich sogar sagen, ich war zwar nie im Vorarlberg. Ich glaub, da in der Nähe ist noch was. Und ich glaub, Graz gibt's noch was. Aber ich glaub, die sind beide jetzt auch nicht so riesig, wie jetzt die CLT. Ansonsten, ich glaub, so viel gibt's ja nicht mehr, ne? Wir haben, ich glaub, die Tübix gibt's noch. Da war ich auch noch nicht. Ansonsten Augsburger, Linux-Infotag, Frostcon oder Froschcon in hier Bonn, beziehungsweise St. Augustin, Keylogs, Chemnitzer Linux-Tage. Und ich glaube, das war's schon so ganz grob. Oder kennt ihr noch welche in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum? Allen Live-Veranstaltungen? Also, jetzt so übergreifend mit Linux nicht. Also, es gibt diese Spezialmessen, die sich um ein spezielles Thema drehen. Nee, also, ich glaube, damit haben wir's auch, oder? Micha, haben wir noch was? Nee, du, ich war nach CLT und Keylogs raus. Die anderen, ja, wo er's erzählt hat, kam mir bekannt vor, aber eingefallen werden sie mir nicht. Absolut. Ansonsten gern mal in die Kommentare schreiben, wenn wir da was ausgelassen haben. Dann, äh, eventuell, ich versuch so langsam alles irgendwie mal abzugrasen, jedenfalls ein paar Mal, und dann einfach mal zu schauen, was sich so ergibt. Weil eigentlich hab ich alle, fast alle, ähm, mit denen ich jetzt mehr zusammen mache, auf Konferenzen getroffen. Ja, das, äh, ist ziemlich cool. Und von daher, ja, lohnt sich das schon, würde ich sagen, so für die Kontakte vor allen Dingen. Und einfach auch immer neue Eindrücke zu sammeln. Ich weiß nicht, wie's euch geht. Ähm, ich selber, mein Ziel ist es immer so, eins, zwei Ziele oder Learnings aus, äh, aus so einer Veranstaltung mitzunehmen, aus so einer kompletten Veranstaltung. Dann reicht mir das, mehr kann ich eh nicht umsetzen. Und, äh, genau, wenn ich das erreicht hab, dann ist der Rest einfach noch mal Bonus obendrauf. Aber jetzt schweifen wir ja schon fast wieder ab, ne? Ich bin hier jemand, ähm, den muss man ziemlich im Zorn halten von den Themen, ne? So, ja, jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Ja, ist ja nicht verkehrt. Das ist ja quasi so ein Jahresrückblick. Also, ähm, kann man ja einfließen lassen. Also, wenn du nicht ganz auf Topic bist, dann lass ich dich auch erst mal laufen, ein Stück. Ja, sonst mute mich. Das ist einfach hart, ja. So, jetzt ist mal, jetzt ist ich weg. So muss das. Ja. Also, unsere nächste Folge war unser KI-Talk. Und KI als, als Thema an sich ist dies Jahr ja relativ rasant gewachsen, möchte ich meinen. Also, auch bei mir hat jetzt so ein bisschen, oder haben jetzt die KI-Tools Einzug gehalten mit Stable Diffusion XL. Auke, du beschäftigst dich ja immer noch von uns dreien, ich glaube, mit am meisten damit, was nicht verkehrt ist, weil von dir kommen immer, ähm, die Vorschau-Bilder für, für die Thumbnails. Mhm, genau, ja. Also, äh, also, äh, du hattest auch eins gemacht, ich meine, das zu Firefox, äh, hattest du mal generiert. Aber die anderen, die man immer rechts unten da sieht, ähm, die, äh... Die vielleicht auch nicht mit irgendwelchen Programmen wie Blender umgehen können. Da kann man ja auch wirklich tolle Sachen mitmachen. Aber das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Und, äh, diesen Pinguin, die du da, äh, den du da für diese Frankenstein-Linux-Folge gemacht hast. Also, wenn man das jetzt in Blender oder im anderen 3D-Programm hätte bauen müssen, das hätte sehr lange gedauert. Also, wenn man gut ist, vielleicht einen Tag, schätze ich mal. Und wenn man keine Ahnung davon hat, dann dauert sowas ewig. Und, äh, das kriegt man dann relativ schnell generiert. Äh, mit ein paar Stichworten. Dann fällt da sowas raus, was ganz gut aussieht. Äh, natürlich ist auch eine Menge, äh, Müll, also, es wird eine Menge Müll generiert. Aber vor dem Stable Diffusion XL, was ja das nochmal viel, viel besser gemacht hat, da war deutlich mehr Müll bei, bei dem, was ich generiert habe. Aber, ähm, ja, das funktioniert jetzt eigentlich sehr, sehr gut schon. Also, vorher hatte ich gesagt, 100 Bilder generieren, 5 sind so irgendwie halbwegs okay und 2 davon kann man wirklich nehmen und den Rest schmeißt man hinterher weg, weil es irgendwie Mist ist. Und dieses Verhältnis ist deutlich besser geworden. Also, von daher, das ist so ein Punkt, wo das dieses Jahr wirklich sehr rasant gegangen ist. Also, das wäre auch, ja, ungefähr so mein persönliches Highlight. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein dieses Jahr, aber das hat mich erstaunt, wie schnell das so viel besser geworden ist. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so, so schnell ist, nicht so linear, sondern so. Ja, gut, ich glaube, es wird noch viel schneller wachsen, glaube ich. Also, die nächsten 2, 3 Jahre, was da noch kommt, ich glaube, das sehen wir noch gar nicht. Was da, also diese Skaleneffekte, denke ich mal. Gebe ich dir recht, das auf jeden Fall. Und, ähm, dadurch, dass ich ja dieses Franken-Linux-Vorschaubild gemacht habe, habe ich selber dann nochmal ein bisschen was gelernt und sogar endlich mal die KI oder die KI-Modelle bei mir lokal auf dem Rechner hier installiert. Das Firefox-Bild habe ich mit einer Online-Stable-Diffusion-Variante generiert. Und das Franken-Linux-Teil, das war wirklich, ähm, lokal generiert mit Stable-Diffusion XL. Und so, ich sag mal, ab dem vierten Versuch mit ein bisschen Prompt anpassen, kam dann was raus, was ich sehr interessant fand. Und das habe ich dann nochmal durch den Stable-Diffusion XL-Refiner durchgejagt. Und, ja, da ist dann was rausgekommen, was mir gut gefallen hat und euch ja auch. Und dadurch habe ich ein bisschen was gelernt, wie man, ja, zumindest mit Bild-KI-Modellen relativ effektiv arbeiten kann. Wenn man einmal sich so eingearbeitet hat, dann geht das gut. Nur macht der bei mir den V-RAM, nee, den normalen RAM nicht leer. Beim Rumspielen ist mir auf jeden Fall, Mensch, der RAM ist ganz schön voll und das war das Letzte, was ich auf dem System feststellen konnte, bevor ich Hard-Gesetten musste. Der braucht sehr lange, um den RAM dann leer zu machen nach so einer Aktion. Und ich habe da einfach auf generieren, generieren gedrückt. Hm. Tested Fies, Tested Fies. Ähm, hast du da diesen Parameter gesetzt? Das gibt einmal Low-RAM, kannst du als Parameter setzen? Oder bei mir reicht das mit Med-RAM, also Medium-RAM? Na, da machst du eigentlich den V-RAM, oder? Ich habe mich da ein bisschen reingelesen, das ist für den V-RAM. Ich weiß nicht, warum der meinen normalen RAM vollgemacht hat, aber mir ist dann aufgefallen, ich darf halt nicht so schnell generieren. Dann kommt nämlich auch der Garbage-Collector am RAM zum Tragen. Das ist dann halt auch so ein Learning, was ich dabei hatte. Achtung, Geschwindigkeitskontrolle beim Generieren. Ja, so ungefähr. Naja, vielleicht soll man sich auch Zeit lassen, die Ergebnisse wirklich zu begutachten. Aber wenn da halt kompletter Müll rauskommt, dann will ich einfach ein neues Ergebnis haben. Das ist, naja. Kurze Frage vielleicht an euch. Oder willst du weiter vom KI-Thema? Sonst hätte ich das nochmal kurz aufgegriffen. Nee, mach ruhig. Und zwar, welche Tools, vielleicht können wir das zusammenfassen, würde mich auch von den Live-Zuhörern gerade, ich sag mal, interessieren, welche KI-Tools haben es bei euch wirklich in den Alltag geschafft? Bei euch höre ich das ja schon so ein bisschen raus, diese Bilder-Generation. Bei mir beispielsweise gar nicht. Also ich habe noch nie ein Bild selber generiert, sag ich mal. Das habt bis jetzt immer nur ihr gemacht. Und ich habe Sven dann übernommen. So für meine Thumbnails und so weiter. Habe ich das bis jetzt noch nie gebraucht, weil gefühlt ich mir immer alles so zusammenbauen konnte. Aber vielleicht bin ich da auch am, ja, habe ich einfach den falschen Fokus in der Hinsicht. Aber wofür ich mir diese Bilder-Generation gut vorstellen kann, ist, ihr kennt doch sicher solche Apps oder Web-Apps oder irgendwas in der Hinsicht. Wenn man sich einloggt und so weiter oder wenn ein Fehler ist, dann gibt es ja manchmal solche einfacheren Grafiken. Wo dann irgendwie bei YouTube ist es so ein Affe, der irgendwo dran rumhämmert oder, na, gibt es ja die verschiedenen Grafiken. Und das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mal selber verwende. Aber ansonsten so, bei mir hat sich sehr viel Copilot durchgesetzt zum Programmieren. Das nutze ich tagtäglich. Macht es auch deutlich schneller, finde ich. Und als zweites tatsächlich Google Bart. Ich habe auch JetGPT Plus meine Zeit lang gehabt. Und jetzt nutze ich immer mal wieder Google Bart, vielleicht so drei, vier, fünf Mal in die Woche. Das ist so, was sich bei mir wirklich dann durchgesetzt hat. Bei euch? Sonst noch außer diese Stable Diffusion XL, sage ich jetzt mal? Die ist Upscaly, womit man Bilder hochskalieren kann und nicht einfach über diese Algorithmen, die jahrelang bekannt waren mit, was gab es denn da? Ja. Also bei Game gibt es ja so verschiedene Arten von Algorithmen, wie ein Bild aufgeblasen wird mit Interpolation oder einfach denselben Pixel ein paar Mal hintereinander kopieren oder so. Und da gibt es auch, also Upscaly heißt dieses und da gibt es verschiedene Netze drin, die sich Pixel ausdenken, die in einer größeren Version wahrscheinlich sein könnten. Und das funktioniert zum Teil auch ganz gut. Das habe ich an einigen Stellen auch mal verwendet. Moment mal überlegen. Hatte ich dir nicht sogar den Tipp gegeben mit Upscaly? Weil bei mir hat es auch Einzug gehalten. Mach sogar sein, ja? Ich glaube, also ich habe dir glaube ich mal den Tipp gegeben. Und je nach Bildmaterial kann das gut aussehen oder kann eben auch schlecht aussehen. Aber ja, also es ist schon deutlich besser als diese Standard-Algorithmen zum Größer, also zum Hochskalieren. Das ist schon nicht schlecht. Und was ich kurzfristig auch mal ausprobiert habe, ist Whisper. Das ist Spracherkennung. Das habe ich verwendet für dieses Video, was wir bei den Kilo Open Source und Dienungstagen aufgenommen haben. Für was? Also ich habe ja nichts gesagt. Eigentlich hat bloß Strong was gemacht. Ja, der Free Software. Freedom Day. Der Free Software Day. Den Spot, den wir gemacht haben, ja. Ja, genau, genau. Ja, ja. Und da habe ich dieses Whisper drauf losgelassen. Und das nimmt die Tonspur und erkennt das gesprochene Wort da drin. Und macht hinterher verschiedene Textdateien draus in verschiedenen Formaten, kann man vorgeben. Unter anderem auch SAT als dieses Dateiformat für Untertitel. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Womit da nichts anfangen konnte, war SuperTuxCard. Da meinte er, das wäre Kart wie Kartenspiel. Und Tux, das war dein Trucks. Das SuperTrucksCard-Spiel. Ja. Ist vielleicht ein tolles Spiel, aber das hast du, glaube ich, so nicht gesagt oder nicht gemeint. Aber gut, ich glaube, das ist auch schwierig, oder? Also jeden unwissender Mensch, der könnte das auch eventuell so übersetzen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, ich glaube, so weit ist die KI noch nicht, dass die in einem deutsch vermuteten Text Anglizismen erkennt. Beziehungsweise, es sind ja nicht mal Anglizismen, es sind ja einfach nur englische Titel. Hm. Also da wird es, denke ich mal, noch schwierig für eine KI sein, da das zu differenzieren. Ich habe heute sogar, witzigerweise, genau das Umgekehrte probiert. Einfach mal just for fun, weil ich es entdeckt habe. Und zwar einen Text sprechen zu lassen von einer KI. Und das, also du kannst so verschiedene Modelle auswählen und die haben alle verschiedene Tonlagen und betonen die Sachen ganz anders. Das ist teilweise sehr witzig. Und ich habe dann mal OpenSUSE reingeschrieben, ne, weil das sollten die dann halt auch aussprechen. Irgendwie, hallo, ich bin Joe, herzlich willkommen zu meinem neuen Video über OpenSUSE. Und die haben das nicht hinbekommen. Und dann war es OpenSUSE oder sowas. Ist nicht komplett falsch, für ein KI-Video reicht's, aber ich glaube, das war's auch schon. Hm. Ja. Das ist dann noch ein bisschen schwierig für die Kollegen. Das stimmt leider. Aber das war ja, also diese Sprachsynthese, das ist ja ein sehr alter Hut. Das gibt es ja wirklich sehr, sehr lange schon. Und neben dieser direkten Ausgabe, also von, du gibst was vor, wie du es normalerweise schreibst, da gibt es dann so einen Zwischenschritt, der so eine Art Lautschrift draus macht, so, dass dieses, ach, naja, Modell, also früher dieses, was das synthetisiert hat, weiß wie was. Dann hast du ja diese Tonstücke, die du aneinander reißt, ne, das gibt's ja schon ewig. Ja. Aber mittlerweile generiert das KI. Also du hast nicht mehr diese Tonstücke, du hast auch nicht mehr diese Lautschrift, sondern nur aus dem Text generell als Input kommt dann der Ton raus. Und das ist dann nochmal eine andere Verfahrensweise natürlich. Und was da rauskommt, ist eigentlich auch sonst auch ziemlich brauchbar, bis auf Fachbegriffe, konnte ich mich da wenig beschweren. Es geht ja auch super einfach mittlerweile. Da hast du ja ganze Online-Seiten, wo du von irgendeinem Menschen 10 Minuten Audio-Material brauchst und dann kannst du denen alles sprechen lassen, was du willst. Und das ist, ich glaube, langfristig, inwiefern wir damit auch umgehen, mit Bildern und so weiter, auch nochmal interessant. Aber ich glaube, wir driften viel zu sehr ins KI-Thema ab, oder? Naja. Ist spannend, muss ich sagen. Ist ja nun mal unser Highlight und das war ja auch eigentlich eine gute Folge. Aber wir können mal gucken, was so als nächstes für interessante Folgen kämen oder ein anderes Highlight, was wir so hatten. Habt ihr da was direkt auf dem Schirm? Ich habe, mein persönliches Highlight irgendwie dieses Jahr war Debian 12, wenn ich es mal so runterbreche. So viele Sachen sind auf Debian 12 zurückzuführen. Viele Serversysteme habe ich auf Debian 12 umgestellt. Ich nutze eigentlich das erste Mal Debian 12 wirklich als Serverbetriebssystem und löse langsam Ubuntu ab beispielsweise. Aber auch das Desktop-System nutze ich ja schon seit Weihnachten sogar. Debian 12 letztes Weihnachten noch in der Testing-Phase. LMDE 6 auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema gewesen, auch hier im Podcast. Und von daher würde ich sagen, doch ein großer, großer Batzen war schon Debian 12. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir persönlich gefällt die Version und der Schritt, den Debian ja unternommen hat, zu Debian 12 hin. Das ist mit der proprietären Hardware teilweise drin, wenn man möchte. Den finde ich persönlich, ja, ein Game-Changer wie ein Game-Changer, aber er hat Debian in einen richtigen Schritt voraus, sage ich mal, gebracht. Also das Tolle an Debian ist ja, wenn sie nicht da irgendwie sehr große Schritte gemacht haben bei irgendwelchen Bibliotheken oder so, dass es eigentlich sehr entspannt ist, wenn du vorhandene Systeme aktualisierst. Von 11 auf 12, da habe ich viele umgezogen. Und diese KI-Sachen, die mache ich jetzt auch auf einem Debian 12. Also das ist mein Desktop-System und da kann ich nebenbei den Stable Diffusion laufen lassen oder andere Sachen. Und dadurch, dass, obwohl Nvidia-Treiber gab es vorher auch da drin, die habe ich ja über Jahre auch schon verwendet, konnte ich einfach nachinstallieren. Aber insgesamt, das funktioniert alles sehr gut. Also auch mit dem Q-Dateil für die beschleunigten Berechnungen direkt auf der Grafikkarte. Ja, also insofern ist das ein ziemlich rundes System. Richtet sich natürlich weiterhin primär nicht an Anfänger oder an Gamer oder sowas. Aber kann man damit durchaus auch machen, ohne dass man jetzt irgendwie ein spezialisiertes System dafür bräuchte. Also keine Ahnung, hier Pop-OS oder was wir da sonst nochmal hatten. Irgendwelche Distributionen, die sich speziell an Gamer richten. Also das funktioniert mit Debian jetzt insofern auch ganz gut. Also ich bin damit zufrieden, weil es eben wiederum so unspektakulär ist. Das ist eigentlich eher das Tolle an Debian und Debian 12. Der Release selber ist ja super entspannt abgelaufen, wie wahrscheinlich jeder Debian-Release. Also ich glaube, Debian 11 hat super lang gebraucht teilweise, bis es dann da war. Debian 12 war ein bisschen schneller, fixer. Gefühlt auf jeden Fall, wie es jetzt real war, kann ich gar nicht wiedergeben. Ich muss aber auch nochmal wirklich lobend hervortun für das Debian-Projekt. Also am aktuellen Zeitgeschehen war Debian mit seinem Release bis jetzt gefühlt, zumindest für meine Auffassungsgabe, noch nie wie jetzt mit Debian 12. Also so aktuell mit den Paketen und trotzdem noch so stabil. Das sieht man auch wirklich, wenn man sich mal so ein bisschen den Verlauf auf, wie heißt das, DistroWatch anguckt. Und Debian ist ja nochmal einige Punkte nach oben gerutscht oder einige Ränge in den Top 10. Und das, wie ich finde, zu Recht, weil ich bin am Release-Tag mit meinem Home-Server eiskalt sofort nach oben gesprungen in der Version, als es auf der Webseite hieß, ist released. Dann habe ich ein Update gemacht, weil die Paketquellen hatte ich eh schon an dem Morgen geändert. Ich wusste ja, dass es irgendwann released wird und dann gib ihm und einmal Reboot und dann war alles tippitoppi und ich habe mich gefreut. Mein Arbeitskollege wäre fast vom Stuhl gekippt, als ich gesagt habe, ich habe schon Debian 12 an. Hast du denn du geupdatet auf Debian 12, der direkt am Tag, wo es rausgekommen ist? Bist du irre? Ja. Ich muss sagen, ich habe ja Debian 12 Testing schon lange genutzt, also als es noch im Testing-Bereich war. Habe ich auch. Und ich habe auch einen Pack mal gehabt, aber als Desktop-System, nicht als Server-System. Wobei ich habe das Gefühl, Server-Systeme laufen generell ein bisschen runder als Desktop-Systeme. Ähm, von daher, also sie schmieren nicht einfach mal so ab, was ich jedenfalls seltener hatte. Bei Server-Systemen als bei Desktop-Systemen, weil wenn du die eingerichtet hast, dann laufen sie. Und beim Desktop-System machst du ja doch immer mal wieder andere Sachen, jedenfalls ich. und von daher, ja, ähm, ich finde sowieso Debian immer sehr, also das macht ja Debian unbedingt aus und ich glaube, bringt auch der gesamten Linux-Welt nochmal ordentlich Stabilität rein. Stell dir vor, wir hätten nur ein Arch und, äh, hier vielleicht noch Fedora. Und, ähm, genau. OpenSUSE Tumbleweed, ohne Lieb. Kannst du nicht nutzen. Nein, Spaß, ne? Dann doch lieber Windows. Dann würde ich lieber Windows 11 nutzen, das stimmt. Ja, ist ja schön. Spaß beiseite, natürlich. Bevor ich auf Windows 11 zurückgehe, installiere ich mir nochmal Garuda. Ah, Garuda. Das ist ein Spruch, der auf ein T-Shirt gehört. Scheiß auf Windows 11, nutze Garuda. Bevor ich mir Windows installiere, nehme ich lieber Garuda Linux. Nichts gegen die Garuda-Nöse, aber ich habe damit einfach eine Negativ-Erfahrung gemacht. Und ich weiß nicht, warum das so gehypt wird. Entweder habe ich persönlich Pech oder nicht. Ich weiß das halt nicht. Man weiß es wirklich nicht, warum sich, es sind ja manchmal auch solche Selbstläufer. Man weiß gar nicht, warum das so krass gehypt wird. Ich glaube, dass bei MX Linux habe ich manchmal auch das gleiche Gefühl. Also, ich finde es nicht richtig gelungen. Aber viele mögen es, also auch immer im Umkreis. Da mögen es wirklich welche, ne? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, MX Linux profitiert sehr vom Debian-Unterbau. Plus eben machen die halt für ihr Debian so ein Linux Mint Lite. Da gibt es auch ein paar Tools, die das sehr, sehr einstiegsfreundlich machen, was bei einem blanken Debian halt nicht der Fall ist. Und ich glaube, die Mischung macht es aus. Das kann sehr gut sein, absolut. Kann ich mir gut vorstellen. Also, ich habe auch langfristig vor, ich mache ja ganz viel Linux Arbeitsplatz gedönst. Das ist ja am Ende so eine Microsoft 365 Alternative. Und da möchte ich auch ein Desktop-System für rausbringen, was ich halt automatisch connecte, dies, jenes. Und da denke ich auch an Debian-Unterbau. Wobei, ein Problem habe ich, ich weiß nicht, woran das genau liegt. Manchmal hängt mein Debian 12, also mein Hauptsystem, ein bisschen und hat enorm viel Festplatten, ich sage mal, Schritte, sage ich mal, oder Festplatten beanspruchen, wodurch tatsächlich der Bildschirm immer mal wieder kurz einfriert. Ich habe das heute nochmal auf ein Maximum gehabt, aber dann hat sich herausgestellt, dass es das jedenfalls VirtualBox war. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, es läuft nicht ganz so rund wie jetzt in Ubuntu. Vielleicht sind da irgendwelche Kernel-Parameter nochmal gesetzt, die unter dem Debian so standmäßig nicht sind. Das ist jedenfalls mir aufgefallen. Weiß nicht, hat jemand von euch das Problem auch? Sehr gerne. Aber gefühlt läuft Debian 12 einen Ticken unrunder vom Kernel her, sage ich mal. Aber ist vielleicht auch nur meine Hardware-Konfiguration oder einfach meine, ich sage mal, in, wie heißt das, mir fällt das Wort gar nicht ein. Jedenfalls, ich bin so blöd, das einzurichten, so nach dem Motto. Ja, mir fällt das Wort nicht ein. Kommt sicher mal. Kannst du leider nicht bestätigen, aber ich habe auch Debian nicht auf einem Desktop in der Hinsicht, beziehungsweise kein Debian 12. Ich habe ein Notebook mit Debian Testing. Und da läuft alles, aber ich benutze es auch nicht oft. Schick. Mit Debian 10 hatte ich mal was, also hatte ich was Ähnliches, dass das denn so eine Dauerswap-Schleife war. Also das war aber auch irgendein Problem mit dem Kernel, der dabei war. Ich habe das mehr oder weniger so dann akzeptiert. Das Gerät war alt, hatte bloß 4 Gigabyte RAM. Naja, ist denn vielleicht heutzutage so? Und als ich dann auf Debian 11 aktualisiert habe, da war das weg. Also das Gerät war deutlich schneller mit einer neueren Version von Debian. Also irgendwas muss in diesem Kernel drin gewesen sein, was, ja, was da irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Was ich festgestellt habe, ja, dass der Swap sehr, sehr schnell immer benutzt wurde, wo ich, obwohl ich noch irgendwie 50 Prozent frei hatte, hat er schon angefangen zu swappen. Und da habe ich die Swappiness jetzt auf Null, glaube ich, runtergesetzt oder sowas. Das kannst du ja irgendwie einstellen, aber den Rest, ja, das hat mich dann schon überrascht. Hast du dir das gerade vom Ingo oder vom Markus an dir eingetet aus dem Chat? Debian 12 Swap mehr? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Okay. Sehe ich jetzt erst. Ja, also kann sein, dass es auch erst ab Debian 12 ist. Also ich habe bei Miniswap wieder so runtergestellt und seitdem swappt er quasi gar nicht mehr. Aber trotzdem, ich habe, ja. Kann ich bestätigen. Also wo ich es gelesen habe, wollte ich erst mal Hauke ausreden lassen. Dann hast du ja eingegriffen. Da ist mir eingefallen, ich trottel. Weil natürlich habe ich in Debian 12 als Desktop im Einsatz, nämlich mein Homeoffice-Gerät. Ich habe letztens sogar auf dem Discord noch einen Screenshot gemacht mit meiner Einrichtung des XFCE-Desktops. Da habe ich den Swap ausgemacht. Das geht auch, ja. Weil der selbst beim Nuller-Swappen irgendwann angefangen hat zu swappen. Und zwar so krankhaft krass, dass da kurz der Browser einfach mal nicht mehr klargekommen ist. Das war ja auch manchmal der Fall. Also der ist da einfach ein paar Sekunden eingefroren. Also der ganze Desktop. Aber es liegt dann wirklich daran, dass der irgendwo Swap-Geschichten hat. Auf dem Server habe ich den Swap eh aus, wegen den Docker-Containern. Die mögen das nicht so, wenn man die irgendwo rein swappt. Würde ich auch nicht wollen. Wo ich es gelesen habe, ist es mir eingefallen. Da stimmt. Swap-technisch. Aber ein Ubuntu oder ein Linux Mint hat das bei mir nicht gemacht, bin ich ehrlich. Ist bei mir nur Debian, was eigentlich schade ist. Weil jede Sache, die man zusätzlich nochmal ändern möchte oder sieht, okay, es läuft ein bisschen unrunder, die ist natürlich wirklich ein großes Argument gegen das System dann, in gewisser Weise. Also weil auf einem anderen System hätte ich das nicht. Wobei bei Ubuntu-Unterbau, ich glaube, es wird immer schwieriger mit Snap und so weiter. Also das war ja auch nochmal, glaube ich, haben wir es sicher auch mal im Tux vielleicht besprochen, mit Snap und so weiter. Beziehungsweise wenn unsere Distro wegfallen würde. Ich glaube, damit haben wir das auch so szenario-technisch vielleicht auch realistischer gezeichnet. Genau, das war die Folge Habt ihr einen Plan B? Fand ich auch sehr spannend. Ja, Debian, ne? Ja, ne? Also da sind wir ja relativ auf der sicheren Seite. Absolut. Absolut. Manchmal ein bisschen langsamer, aber nee, also es ist wirklich nur marginal, sag ich mal. Aber doch, es hat sich schon bemerkbar gemacht. Und was ich auch krass finde, wenn wir da kurz bleiben, Debian hat eine viel, viel höhere RAM-Auslastung, also Arbeitsspeicherauslastung, im Leerlauf als jetzt ein vergleichbares Ubuntu oder Linux Mint. Also auch mit verschiedenen Desktops hat Debian gefühlt 50% oder 500 MB mehr gehabt. Das hat mich sehr überrascht immer. Da ist was wohl noch nicht so krass optimiert, wie in Ubuntu beispielsweise. Aber wird schon irgendwo reingehen der. Oder vielleicht, ne, ne, warte mal, der RAM-Filmkörnel wird da sowieso schon vornherein abgezogen. Siehst ja gar nicht. In der InetRamFS. Aber nee, es verbraucht schon nochmal mehr Arbeitsspeicher. So ein, ja, Standard-Debian. Aber ich glaube, das ist jetzt in unseren Zeiten nicht mehr ganz so wild wie früher. Aber jetzt weiter nachgegangen bist du dem nicht, oder? Woran das jetzt liegen könnte? Ob da irgendwie mehr Sachen im Hintergrund laufen als woanders? Also eigentlich, äh, also ich, äh, hab versucht, was zu finden. Ich hab nichts gefunden. Ähm, ich schau vielleicht mal nach. Vielleicht gibt's dann für eine Erklärung. Dann kann ich euch gleich davon berichten. Mhm. Ja, ich wollt grad so ein bisschen die, die Frage oder die These in den Raum stellen. Äh, man sagt doch eigentlich immer, Debian ist im Vergleich zu Ubuntu, egal welche Version man hat, RAM-technisch immer sparsamer. Weil Debian ja nicht so viel, ähm, in Anführungszeichen Schnickschnack mit sich mitführt beim Desktop. Und der Uwe hat's ja auch gleich nochmal in, in, äh, den Chat geschrieben. Debian 12 mit XFCE war bei ihm sparsamer als ein X-Ubuntu. Bei mir genau umgekehrt im Test, witzigerweise. Okay. Hm, aber vielleicht lag's auch am, äh, an Virtualbox. Kann auch sein. Also ich hab jetzt ja auf Virtualbox alles gemacht. Auch die anderen. Und vielleicht sind die anderen mit Virtualbox einfach besser klargekommen als das Debian. Könnte auch sein. Aber ich hab immer 500 Megabyte mehr gehabt als die anderen. Ähm, aber gut. Es macht den Brat meiner Ansicht nach jetzt nicht fett. Da find ich die Swappiness nerviger als, äh, das jetzt, würd ich sagen. Aber gut. Ja, wir leben ja in Zeiten, wo RAM nicht mehr so ein Problem ist. Das stimmt in der Tat. Okay, der Uwe hat grad nochmal spezifiziert seine VMs unter Proxmox, also KVM. Es kann wirklich sein, dass KVM, dadurch, dass es, äh, näher am Kernel ist, da RAM-technisch ein bisschen besser oder reeller am System dran ist und Virtualbox da was anders macht. Möglich ist es. Kann gut sein. Ja. Ist ne Theorie. Hast du den RAM-Bedarf innerhalb, äh, also aus der Sicht des Betriebssystems, was in der VM, äh, läuft oder drumrum geguckt? Innerhalb. Innerhalb getestet. Okay. Genau, genau. Ja, äh, hat mich selber sehr überrascht. Das, äh, ich glaub, Debian hat echt am schlechtesten von allen abgeschnitten. Ich hab, glaub ich, ähm, Xubuntu, Linux mit XFCE und, ich glaub, MX Linux sogar genommen. Weiß ich nicht, was das letzte war. Äh, äh, oder Antics? Ne, Lubuntu vielleicht noch. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, es war, ähm, mit Abstand am meisten RAM. Aber gut, äh, kann auch sein, dass das, äh, beziehungsweise auch bei einem, bei einem anderen, bei einer anderen Sache ist mir auch nochmal aufgefallen. Also, das war die Sache. Und irgendwann nochmal hab ich das auch nochmal gecheckt oder verglichen und da war Debian auch nochmal groß drüber. Äh, wo genau, das weiß ich nicht mehr. Aber vielleicht liegt's wirklich nur an... An der Stabilität war er groß drüber. Hm? An der Stabilität war er groß drüber. Da, da war er groß drüber, das stimmt, das stimmt, ja, ja. Weil ich will ja nicht so sehr drauf, drauf rumknüppeln. Ja, ganz klar, ganz klar. Nein, gar nicht. Also, RAM-Technisch ist es schon komisch. Das, das geb ich, den Punkt geb ich dir. Das ist ein bisschen so. Na, aber das kann auch am Environment liegen. Ich mag ja Debian. Ich will's ja gar nicht schlecht reden, ne? Also, ich würde ja auch hier nicht erst mal wechseln. Aber ist eine Sache, über die wir uns kümmern müssen, so nach dem Motto. Ja, aber... Wobei, da kümmert sich schon sicher jemand. Also, deswegen hab ich aber nachgefragt. Also, meine, äh, meine reellen, äh, Erlebnisse war immer, Debian sparsamer, weil weniger, ähm, zusätzliche Pakete dabei sind. Hm. Gerade auch bei einem Desktop, äh, nehmen die ja wirklich nur die, ähm, Standard-Benutzer-Erfahrung mit. Da sind wir wieder bei diesem geflügelten Wort, was wir damals, ich glaube, bei, äh, war das? LME? Ja, ja, irgendwie das Cinnamon-Thema hatten. Ah, ja, genau, LME, sicher. Ähm, diese, ähm, diese Standard-Benutzer-Erfahrung ist sehr, sehr Standard-Benutzer-Erfahrungs-mäßig. Festplatten-mäßig, Festplatten-mäßig ist Debian wirklich am geringsten gewesen in allen Tests. Das hat wirklich alle, also hast du nur drei Gigabyte oder sowas genutzt und bei den anderen schon acht Gigabyte teilweise. Da kam viel mehr mit, obwohl die jetzt ungefähr die gleichen Anwendungen drauf hatten. Das fand ich auch schon sehr bemerkenswert. Gut, aber genau. Ohne GUI ist Debian stabil, ne? Ja, also ich, äh, kann mich auch nicht beschweren. Aber im Desktop-Bereich, ja, ist, es gibt immer noch was zu holen, sag ich mal. Und ich sag mal, schlecht ist es ja nicht, absolut nicht. Hatte ich, hatte ich bis jetzt noch keine Probleme im Desktop-Bereich. Ich muss aber zugeben, ich nehm auch mit eine der ältesten Desktop-Environments unter Debian, die du nehmen kannst mit Xfce. Ist ein Schweizer Uhrwerk, ich sag's, wie's ist. Da kriegst du halt auch nichts kaputt. Ach, das kriegen wir doch hin, oder? Ja, klar kriegt man das hin, aber gefühlt kriegt man da halt nichts kaputt. Also das, aber dafür gehen auch ein paar Sachen nicht, ja. Dafür gehen halt wirklich ein paar Sachen nicht, die echt unangenehm sind mitunter. Das stimmt. Beispielsweise, ich hab heute OpenSUSE Xfce mal angeschaut. Auch schönes System. Aber, ähm, was mich genervt hat, diese Fenster, die kann man ja bei den meisten Desktops mit der Super-Taste und Pfeiltasten, ähm, irgendwie einrasten lassen. Auf der Rechner oder auf der linken Seite oder sowas, das hat Xfce nicht. Beispielsweise, ne. Oder Fensterübersicht. Du kannst aber zumindest das so einstellen, dass wenn du, äh, das Fenster mit dem Mauszeiger bewegst, äh, in eine Ecke, dass es dann einrastet. Mit Tastenkombination müsste ich mal gucken, vielleicht geht das. Das kriegt man sicher auch hin durch Command, aber das wär cool, wenn das voreingestellt ist. Dafür ist wenigstens die Super-Taste mit dem Menü belegt. Wenigstens was. Echt? Aber nicht per Standard. Das kann sein. Also bei OpenSUSE war's der Fall, ne? Mhm. Also bei Debian musste ich's einstellen. Ja, gut, Debian. Das kommt ja auch nur mit Vanilla X, FCE und dann darfst du ja alles selber machen. Ja. Ist aber auch ihr Versprechen, das ist das universelle Betriebssystem. Du kriegst das, was du, äh, gekauft hast. Also, mach dir dein Betriebssystem selber oder dein Anwendungsfall, das, da lügen sie ja nicht. Und du kriegst auch nicht mehr, als du gekauft hast. Ist auch schön, ne? Ist auch nicht so selbstverständlich. Muss man ganz klar sagen. Da ist definitiv kein Schnickschnack dabei. Mhm. Außer bei Debian Gnome, da sind die Gnome-Spiele mit dabei. Ja. Habe ich bis heute nicht verstanden. Aber das scheint immer noch zum Standard-Gnome-Desktop zu gehören. Oder zur Standard-Benutzer-Erfahrung. Aber selbst das schalten sie nicht aus. Oder, ne, Gnome bringt uns das so, dann liefern wir das so aus. Finde ich auch. Irgendwie natürlich auf eine andere Art und Weise sehr sympathisch. Ja. Eine Idee für den Linux-Assistent. Äh. Jetzt krieg ich das nicht mehr im Kontext. Skabla kann das vielleicht nochmal spezifizieren, was davon eine neue Idee ist. Den Fünfer kriegt das später gerne, ne? Gnome-Spiele-Deinstallieren, wäre das eine Möglichkeit? Ach so, das. Oder Tastatur-Shortcuts gleich mit installieren. Oder da war jetzt einiges genannt worden. Ja, cool. Immer gerne per Mail raushauen. Beziehungsweise linux-assistent.org. Da ist ein Feedback-Formular. Einfach reinhauen. Ich lese das alles. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Nee, aber tatsächlich lässt sich XFCE am besten einstellen vom Terminal aus. So ein Gnome-Desktop über diese G-Conf ist furchtbar. Wirklich furchtbar. So ein XFCE kriegst du relativ gut über das Terminal konfiguriert. Und das ist ziemlich schön. Per Skript meine ich. Automatisiert. Fensteinrasten hat er nochmal geschrieben. Das wäre eine gute Funktion. Das stimmt, ja. Da musst du aber auch wirklich den richtigen Haken setzen. Ich glaube sogar, damit das bei XFCE, ich habe es vor ein paar Wochen gemacht, damit dieses Einrasten funktioniert in diesen einzelnen Ecken, wenn du da das Fenster hinbewegst, das ist bei den Einstellungen für die Barrierefreiheit sogar drin. Da würdest du es nie vermuten. Das heißt doch ganz wild. Verstehe ich nicht. Muss ich irgendwann mal einen raussuchen, wie das hieß und wo das versteckt war. Also du kommst nicht drauf, wenn du direkt danach suchst, nach der Funktion. Das ist aber häufiger bei XFCE so, finde ich. Auch mit der Fenster-Dings und so. Ich muss da echt im XFCE-Forum im Englischen suchen und dann, ja. Nach was suchst du da auch auf Deutsch? Ja, ja. Auch so die Leisteneinstellungen, die finde ich auch ein bisschen, also das geht alles, aber bis du gefunden hast, wo du was machst, da brauchst du nochmal ein bisschen Zeit. Da sind die anderen etwas intuitiver, würde ich mal sagen. Aber wenn du einmal weißt, wie es geht, kriegst du da richtig schöne Sachen draus gezaubert. Also die paar Leute, die bei mir auf dem Discord sind, die können das bestätigen. Ich habe gestern, war das gestern? Ich habe gestern, glaube ich, mal einen Screenshot von meiner Arbeitsmaschine gemacht. Also wenn nicht im Terminal stehen würde, dass es XFCE ist, würdest du es nicht mehr als XFCE erkennen, würde ich mal behaupten. Das kann ich dir dann auch irgendwann mal weiterleiten, wenn es euch interessiert. Immer gerne. Freue ich mich gerne. Ich will auch neue Designs für meinen YouTube-Kanal suchen, weil die werden auch immer gut angenommen, beziehungsweise ich finde es auch immer mega interessant und mega spannend, was man da so machen kann. Aber lass uns mal das nächste Highlight rauspicken. Wir sind jetzt irgendwie von DB12 zu XFCE, zum Linux-Assistent irgendwie über Desktops rübergerutscht. Da kommen ja schon fast die Kieler Linux-Tage mit unserem ersten Live-Aufeinandertreffen von allen dreien gemeinsam und der ersten Live-Ausgabe auch. Also wirklich live in persona. Mit Publikum vor allem, das haben wir so eher auch noch nicht. Unglaublich, dass sich wirklich reale Menschen in einem Ort versammeln und sich sowas angucken, wenn drei andere irgendwelchen Quatsch reden. Das sind doch nicht nur ein Quatsch von unseren Mamis. Das war ein Erlebnis. Ja, das stimmt. Also es war schon interessant, wobei das wahrscheinlich tontechnisch eine der eher schlechteren Folgen war. Aber letztendlich haben wir es halt auch ganz gut über die Bühne gekriegt. Und ja, also das war schon ganz nett, fand ich so. Wir haben auf jeden Fall das nächste Mal gelernt. Linux Open Source in der Arbeitswelt, wie kriegen wir es noch besser integriert? Welche Möglichkeiten haben wir? War ein spannendes Thema. Stimmt. Nee, ansonsten, glaube ich, gibt es da noch groß was zu sagen? War cool. Wir haben cool unsere ersten Fangeschenke hier bekommen, muss ich sagen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Viele Grüße an den Markus und den Ingo nochmal an der Stelle. Die sind natürlich heute auch direkt nicht in Persona live dabei, aber im Chat immer schön. Genau, danke nochmal an der Stelle. Ja, also Kieler Open Source und Linux-Tage war dann auch so mein Highlight mit von den Veranstaltungen. War ja für mich auch das erste Mal. Und ich muss sagen, nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei. Okay, da kann man, wie sagst du immer, Kiel ist auf jeden Fall eine Reise wert? Und dann im Nebensatz, je nachdem, das stimmt nicht unbedingt, aber ich sage es trotzdem. Kiel ist immer eine Reise wert, ja. Also es gibt so Bereiche, wo sich das durchaus lohnt und andere so, nee, lass mal lieber. Aber während der Kieler Open Source und Linux-Tage ist Kiel natürlich eine Reise wert. Das ist wohl wahr. Nur deswegen. Ja. Also nächstes Jahr wieder im September. Ich meine, wir haben auch schon wieder einen Termin festgelegt, wann das denn ist. Ja, genau. Ja, also das war das erste, wo wir zu dritt wirklich live vor Ort waren. Und dann gab es natürlich noch die Puckstage, wo wir uns im virtuellen Raum getroffen haben. Und da denn sowas nochmal gemacht haben, aber halt bloß virtuell. Und in eckig. Tolle Überleitung, oder? Und in eckig. Ja, in sehr eckig. Und grau, aber schön war es. Ja, ja. Das war auch gut. Aber es gab keinen Kaffee, keinen Kuchen mehr dazu. Also, den hatten wir nämlich auch. Den hatten wir nicht. Es gab ja noch Kaffeekuchen-Pinguin mit, ja, mit Pinguin mit Kaffee und Kuchen. Das war richtig cool. Hast du eigentlich schon ein Konzept für nächstes Jahr, wie wir das weiter toppen können? Beim ersten Mal hatte ja nur ich Kaffee, weil ich von zu Hause aus zugeschaltet war. Beim letzten Mal waren wir alle drei, da haben wir an Kaffee und Kuchen gedacht. Und auch für die Leute dort vor Ort wurde was ausgegeben. Wie kriegen wir das Ganze getoppt? Die haben es mitgebracht. Genau, genau. Also, da waren welche, die kamen wirklich damit an und dann auf, irgendwie standen dann so Krempel rum, irgendwie Kuchen da. Was soll ich jetzt damit? Wir haben noch schon, das esse ich doch jetzt nicht. Es riecht so aus, als ob ich jetzt das alles essen könnte. Ja. Also, das war auch, wie wir es ja vor allem haben. Ja, ist nett gedacht. Aber das können wir doch nicht alles auf einmal essen. Das geht doch nicht. Wir müssen ja auch noch verschreiben. Wenn wir vielleicht den Mund voll haben, dann, nee, das ist nicht gut. Nee, ist echt. Aber das war auch ein Erlebnis. Also, keine Ahnung, vielleicht müssen wir nächstes Jahr den Kaffee-Kuchen-Pinguin-Schnitzel und Fondue oder so machen. Oder mit Schokobrunnen und dann können wir immer sowas drunter halten und das kleckert, der schmiert alles voll, tropft auf den Fußboden. Ach, könnte man machen. Ja, oder währenddessen wird der Grill schon vorbereitet von einem von uns, dass wir quasi von Kaffee-Kuchen-Pinguin ins abendliche Grillen übergehen. Keine Ahnung. Irgendwas Verrücktes müssen wir machen. Aska Blatt noch schrie, man hört nicht im Publikum die Fragen leider. Ja, das lag leider daran, dass wir unser Soundkonzept kurz vor knapp über den Haufen werfen mussten. Das Mikrofon, was wir drum gereicht haben, war eigentlich für den Saal gedacht. Nur mal so als kleine Anekdote. Für nächstes Jahr haben wir vielleicht andere Möglichkeiten, das wissen wir noch nicht. Schokobrunnen in Tuxformen, ja. Müsste man auch mal in Auftrag geben. Müsste man uns alle danach rausrollen, sag ich, wie es ist. Und vor allem, wo kommt denn die Schokolade raus? Das ist die Frage, ne? Die kommt, gute Frage. Ja, das überlassen wir dann mal so. Mal schauen. Ja, das werden wir dann mal sehen. Schickt eure selbstgemaltene Vorschläge an. Oder vielleicht auch KI generiert, je nachdem, was ihr besser könnt. Oh, oh, oh. Ja, das wäre vielleicht doch eine witzige Aufgabe. Mal gucken, was da rausfällt. Schokobrunnen, ist das eigentlich so ein international bekanntes Konzept? Boah, also so hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht. Also müsste man mal ausprobieren. Vielleicht kamen sehr kreative Bilder dabei raus, die sich mit einer gewissen kreativen und handwerklichen Fähigkeit sogar in einen echten Tux-Schokobrunnen umwandeln lassen. Das wäre, ja, ja. Also es hätte schon was. Naja, KI und 3D-Drucker, ja. Ja. Ah, ich glaube, eine KI würde ich nicht an einen 3D-Drucker lassen. Da hat die KI ja die Möglichkeit, sich einen eigenen Körper zu machen. Das lassen wir mal. Haben wir nichts von Skynet und Ähnlichem gelernt. Das wäre jetzt eine super Überleitung zum, sowas Indies hatten wir ja auch schon mal, ne? Mit Fackeln und, wie ist das noch? Ich glaube, das war... Schnapp die Fackeln und Beugabeln und so. Ne, das war aber wirklich KI-technisch. Das war mal eine Ankündigung, die ich zur zweiten Folge irgendwie gemacht habe. Da sind wir ja quasi drüber. Das war ja eigentlich unser Highlight-KI. Mit den gewissen Schattenseiten. Aber was ich halt noch so ein bisschen als Highlight notieren möchte, auch wenn es ein bisschen negativ notiert ist, Red Hat ist ja so ein bisschen, ja, freigedreht, möchte ich mal sagen, dieses Jahr mit, wir stellen unseren Quellcode nicht mehr frei. Dadurch sind ja Hockey-Linux, Alma-Linux so ein bisschen ins Schlingern geraten. Und wie es halt so ist in der Open-Source-Welt, wenn das eine nicht mehr zur Verfügung stellt, werden halt andere Wege gegangen, andere Lösungen gesucht. Und sowohl Rocky als auch Alma haben das bis jetzt souverän gemeistert, muss man mal sagen. Ja, also... Im Nachhinein könnte man das von außen betrachten so sehen, na ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen für die. Also das war bestimmt nicht so gedacht. Und dass sich da jetzt so eine erweiterte Szene drumherum bildet, auch aus Unternehmen, die man jetzt so zusammen nicht gesehen hätte. Diese Open-Ela-Organisation aus Suso und Oracle und Rocky. Die drei? Oder wer sitzt da zusammen im Boot? War noch ein... Suso und Oracle, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gab noch ein drittes. Aber war es trotzdem nicht relativ unbekannt sogar? Ja, also, dass sich da jetzt Unternehmen zusammengefunden haben, um eine Alternativ-Enterprise-Distribution zu entwickeln, die in dem Revier von Red Hat ziemlich stark wildert. Also, das kann nicht so im Sinne gewesen sein. Aber sowas passiert dann. Und das ist das Schöne an Open-Source, dass man es dann doch nicht so einsperren kann und dass ein Hersteller das komplett dominieren kann. Also, es gibt immer Möglichkeiten dabei. Und ja, also das hatten wir auch. Also, auf dem Open-Ela-Bild siehst du Suso, Oracle und C, I und Q, PsyQ. Ja, die kennt man, glaube ich, oder das kommt darauf an, wer man ist. Also, so im Endkundenbereich oder für kleinere Firmen, glaube ich, kennt man die nicht. Aber das ist ein relativ großer Laden, meine ich. Ja, wie gesagt, also, der Name so sagt mir gar nichts. Ja. C, I, Q, Oracle, Suse. Boah. Ach so, und die machen auch für Rocky direkt Werbung oder empfehlen das. Dann war da so ein bisschen die Rocky-Brücke, die ich im Kopf hatte. Ja, also, schön, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ja, also, da hat sich Red Hat ein Eigentor geschossen. Also, irgendwie, ich glaube, der Titel war Open-Ela und die Geister, die Red Hat rief. Also, das war definitiv anders geplant von denen. Da kam die Schelle recht, recht schnell zurück. Das war sehr interessant. Apropos, vielleicht kommen wir dann doch noch mal kurz zum News-Thema. Habt ihr schon gelesen, dass Rel X-Org als Deprecated markiert hat und geschrieben hat, dass es in den nächsten Versionen rausfliegt? Also, Red Hat sagt jetzt oder gibt für sich bekannt, wann X-Org abgeschafft wird. Krass, die sind die Ersten, die mutig sind. Was für einen Termin hatten die jetzt? Also, gibt es wirklich ein richtiges Datum? Nein, ein Datum gibt es nicht. Die haben nur geschrieben, in den zukünftigen Versionen fliegt das raus. Die haben aber gestern oder vorgestern wirklich sämtliche X-Org-Pakete als Deprecated markiert. Also, nächste, übernächste Version wird es unter Rel kein X-11 mehr geben. Unter der 10er-Version oder unter so einem Point-Release 9, keine Ahnung, 5, 6, 7 oder so? Ich denke mal, so eine Sprünge machen die nur noch bei Haupt-Releases. Also, ja. Also, wird auf jeden Fall interessant. Sonst hätte ich mir diesen Termin schon mal irgendwo eingetragen, um den Garantierten nicht zu verpassen, um zu sehen, wie groß der Ausschrei dabei ist. Und mit so einem Massentest am, ja, Entkunden, der doch relativ hochpreisig ist. Also, das könnte durchaus interessant sein, das Sensor mal zu sehen, ob das wirklich funktioniert. Also, wir haben ja die eine Sendung auch dazu gemacht. Das war ja die auf den TUX-Tagen im 3D-Raum, wo wir uns darüber unterhalten haben. Und, naja, die Erfahrungen waren mehr oder weniger gemischt dabei. Also, einige hatten überhaupt kein Problem damit. Das funktionierte super bei denen. Und bei anderen eher so, naja, mäßig oder auch eher nicht so toll. Und, ja, also, ich kann mir vorstellen, dass es ein relativ guter Schnitt durch wirklich alles durch ist. Dass es in der Menge auch wirklich so ist. Ja, und wenn man jetzt ein Enterprise-System, wo die Leute auch nicht wenig Geld für zahlen, mal umstellt, dann kann ich mir vorstellen, dass es an einigen Stellen auch wirklich dann mal knallt. Und, dass man denn vielleicht so eine kleine Erschütterung dort sieht. Ja, also, interessant. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und der Ingo oder der Markus haben es nochmal in den Linkskate-Chat geschrieben. Fedora ist doch auch Abstammung von Red Hat. Und da wird der eigentliche Test von Red Hat kommen. Weil, ich glaube, die nächste Version von Fedora, ist das 40? Haben wir aktuell 39? Wir haben aktuell 39. Und mit der 40er und der neuen KDE-Version haben die ja auch in Fedora gesagt, der Standard ist Vailant. Aber da müsste, glaube ich, noch X.Org verfügbar sein. Ich weiß jetzt nicht. Nee, X.Org unter KDE nicht mehr. Ach so, jetzt kommt der draus. Standard ist ja immer schon Vailant jetzt die letzte Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei KDE war, aber bei KDE fliegt X.Org komplett raus. KDE 6 wird es nicht mehr. Jedenfalls auf Fedora mit X.Org geben. Und das andere, das Genom, da ist man noch in der Entscheidung. Okay, nehmen wir das jetzt schon raus oder belassen wir es noch drin? Ich hoffe, sie lassen es noch drin. Sonst habe ich wieder einen Grund, nicht Fedora zu nutzen. Was natürlich schade wäre. Aber mal schauen. Ja, soll ich euch mal was Lustiges verraten, wenn es nicht so traurig wäre? Immer gerne. Bei XFCE gibt es noch nicht mal eine offizielle Vailant-Support. Also, die hängen noch so weit hinterher. Schau dir Cinnamon an. Haben die auch noch nicht angefangen irgendwie? Also, sie haben jetzt angefangen und es ist jetzt gerade im ersten Testing sozusagen. Es wird das erste Mal jetzt in der 21.3 sind wir dann. Ab Weihnachten wird es das optional auswählen. Auswählbar sein, sage ich mal. Aber klar, XFCE hat noch nicht angefangen. Aber ich meine auch schon gelesen zu haben, dass sie gerade dabei sind. Aber Marte beispielsweise, die werden das wahrscheinlich auch nicht umstellen, weil da die Projektentwickler doch sehr, ja, sehr konservativ unterwegs sind. Und ich glaube nicht, dass Marte das überleben wird, außer sie sagen, okay, wir gehen nur noch auf Distribution, wo es noch X-Org irgendwie gibt. Aber ich glaube, Marte wird, wenn sie sich nicht ändern, nach und nach noch weiter den Horizont verlieren. Ist mittlerweile sowieso nur so ein Nebenprodukt, leider. Also, man hört wenig davon, weil sich ja auch nicht viel da ändert. Und ich meine, so super viele nutzen das auch nicht ein paar, aber mal schauen. Auch wie das mit Marte und Linux Mint weitergeht, ist auch nochmal die Sache. Aber eigentlich habe ich das Gefühl manchmal, dass so Marte und XFCE sich schon so in der, für den Benutzer, für das Ziel des Benutzers schon sehr ähnlich sind eigentlich. Also, wenn du Marte benutzt, dann könntest du eventuell sogar auch XFCE nutzen und umgekehrt. Weil, ja, würde ich jetzt einfach mal so ganz grob schätzen. Aber warten wir einfach mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Ja, kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Also, Marte, wo ich es mir das letzte Mal angeguckt habe, oder Mate, hatte doch eher so den klassischen Desktop als Fokus. Wobei XFCE ja eh so ein Eigending ist aus, wir geben dir etwas Unix-eskes als Vorschlag mit einem Pseudo-Doc und mach was draus oder lass es. Ähm, da ist schon irgendwo in der Anwendung ein bisschen der Unterschied. Wobei ich sagen muss, Marte, als ich es anfänglich ausprobiert habe, fand ich nicht schlecht. Aber das ist auch schon Jahre her, da war das Haupthaar noch voll und, äh, äh, ja. Wie ist das? Das ist schon ein paar Monate her, also von daher. Schade eigentlich. Wegen dem Haupthaar oder Marte? Beides. Ja, dann ist ja gut. Also, würde man eigentlich einen kompletten Desktop mit dieser, äh, Kompatibilitätsschicht mit dem X-Wayland zum Laufen kriegen? Oder bezieht sich das bloß auf einzelne Fenster, die man in so einer Wayland-Umgebung laufen lassen möchte? Ich glaube, das sind die einzelnen Fenster. Ähm, also spätestens hörst du dann bei der Bildschirmaufnahme auf oder sowas. Dann bist du ja bei Wayland aktuell immer noch häufig einfach aufgeschmissen. Das dauert viel, viel länger. Also auch viel Remote-Software habe ich, glaube ich, auch schon drei- oder viermal, äh, irgendwie gesagt. Oder gemeint, funktioniert sehr spärlich, wenn überhaupt, auf Wayland. Das ist noch so ein leidliches Thema, leider Gottes. Ja, und die Netzwerktransparenz, die es ja auch noch nicht gibt. Und die es vielleicht auch niemals so geben wird. Boah, also mit den meisten anderen Sachen, äh, wäre mir das eigentlich egal, wenn es denn stabil läuft. Aber diese Netzwerktransparenz, wenn, also wenn es da nichts als Ersatz für gibt, das fände ich, wäre schon ein funktionaler Rückschritt. Und egal, wie es jetzt unter der Haube aussieht, also da wird Wayland, äh, hoffe ich mal, deutlich besser, äh, besser sein als, äh, xOrg, wo keiner mehr wirklich so durchblickt. Und, äh, ja, aber jetzt rein aus Endnutzer-Sicht, wenn mir Funktionen weggenommen werden, die ich eigentlich tagtäglich brauche, dann ist das neue Produkt, auch wenn es neuer ist und irgendwie besser gewartet und sonst irgendwas ist, erstmal ein Rückschritt. Und dann kann ich vielleicht so dran vorbei mit irgendwelchen Ersatzerweiterungen oder sonst irgendwas, damit ich diesen Funktionsumfang, den ich brauche, auf anderem Weg nachbilde. Aber es ist kein richtiger Ersatz dafür und das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Und gerade diese Netzwerktransparenz, äh, die verwenden doch einige, äh, wohl immer noch, auch wenn das ja ein uralter Hut ist, zum Teil auch im, äh, Gewand von X2Go, was ich, äh, häufig verwende. Oder es gibt auch das Kommerzielle von, ähm, Namen vergessen, diese italienische Firma, die, äh, da eine Menge gemacht hat. Ja, also das, das ist irgendwie blöd, ne? Apropos blöd, ich muss mal blöd nachfragen. Was meinst du mit Netzwerktransparenz? Meinst du, dass das Konzept beim X11 zwischen, ähm, Server-Client, dass du auch einen X11-Forwarding machen könntest, zum Beispiel über, äh, SSH oder? Okay. Ja. Ja, das, das, das fällt leider weg bis jetzt. Okay. Anwendungen auf einmal in Fernsehsystemen ausführen und ich kann es denn lokal bedienen, also wie, äh, Fernwartung so ungefähr. Oder XLED. Für diejenigen, die es hast nicht. Ja, also Fernwartung ist ja auch genau das eigentlich, ne? Oder ähnlich. Ja, wobei du da ja keine einzelnen Fenster dir mal so eben rüberholen kannst. Richtig. Hast du nur einen kompletten Desktop. Also, das, das, das wäre so ein, naja, ist kein richtiger Ersatz, aber, äh, zur Not könnte ich mit sowas leben, aber das andere ist so wunderbar praktisch und es funktioniert einfach. Ich meine das ja auch, dass XLEDP wahrscheinlich auch erstmal so nicht laufen wird mit Rayland. Also, steckt ja schon im Namen, ne? Ist der X-Server drin. Und, äh, das ist auch wieder eine Sache. Also, ich glaube, da ist noch so viel Anpassungsbedarf und, äh, das, äh, ich finde den Schritt von Red Hat, äh, das als deprecated zu markieren, ähm, eigentlich richtig. Weil wir müssen irgendwie von weg und es muss auch langsam mal, ich glaube, wir lassen uns auch alle ein bisschen Zeit, glaube ich, oder viele jedenfalls. Und, ähm, solange sie es jetzt nicht rauspacken, ich denke, ist das okay. Aber, ähm, ich gehe mal davon aus, also Linux Mint wird, ich meine, Xorg wegwerfen 2026, so wie es aktuell aussieht vom Stand her. Ähm, und bis dahin müssen wir dann mal schauen, dass das alles läuft. Ähm, und ich glaube, so ungefähr könnte ich mir das bei Red Hat Enterprise Linux auch vorstellen. Vielleicht sind ja auch erst 28 dran. Aber ich denke, wenn eine 3 vor, davor steht und, äh, wir noch alle viel weniger Haare haben, ich glaube, dann, äh, ich sehe es vor Geschichte, ja. Ja, stimmt, bei dir. Den ist der Bart am Hauch ab. Das, 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 das will ich gar nicht, das wollen wir nicht. Ja. Ich muss mir auch noch eine Alternative zur X11 vor und sehe, was ich eigentlich, äh, immer nutze, um mich, Remote drauf zu verbinden. Ähm, naja. Ja, wird spannend. Wird spannend alles. Mhm. Und da gibt's, glaube ich, noch nicht so richtig coole Sachen, die man wirklich gut nutzen kann. Mhm. Also, es wird irgendwann irgendwas geben oder vielleicht gibt's auch schon jetzt irgendwas, aber, ja, ist es auf jeden Fall eine Umstellung, vielleicht ist es hinterher sogar besser, man weiß es ja nicht, aber, hm, erst mal so eine grundlegende Funktion wegzureißen, ist immer irgendwie schlecht. Ich glaube, Micha, du hattest das, äh, in dem Tux-Flash da auf den, äh, Tux-Tagen so ähnlich formuliert, wie, äh, das Dachfolgeprodukt muss mindestens genauso gut sein wie der Vorgänger. Wenn sie den selben Funktionsumfang haben. Oder so, ja. Und das hat es leider noch nicht. Aber muss man gucken, wie das bei den Enterprise-Kunden denn ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass die etwas konservativer sind und dann, äh, vielleicht doch etwas mehr rumjammern als die Fedora-Nutzer, die, äh, doch... Die bringen ja eh kein Geld, also von daher ist es ja egal. Nee, die bringen kein Geld und die wissen ja eigentlich, warum sie Fedora verwenden. Also, die wollen immer das neuste Zeugs haben und die nehmen auch, äh, ja, Änderungen in Kauf, die vielleicht nicht immer alle positiv sind. Aber, ja. Also von daher, das wird spannend. Genau. Aber, ähm, vielleicht ist es auch genau der richtige Weg, um einfach mal den Druck zu haben oder die, 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 die Nötigkeit, auch mal Sachen in die Hand zu nehmen. Wenn Red Hat jetzt schon sagt, in zukünftigen Versionen gibt's das nicht mehr. Vielleicht sind sie ja, äh, äh, vom Mindset, wie man das heutzutage so schön nennt, äh, ähnlich wie ich, dass das Nachfolgeprodukt mindestens denselben Funktionsumfang abdecken muss, dass die sich an die letzten nicht funktionierenden Sachen halt ransetzen. Zumindest für ihre Enterprise-Kunden. Und vielleicht, äh, fällt dadurch ein bisschen was an, an die Community, äh, Edition, die es ja so per se nicht gibt, aber einfach für den, für die restliche Open-Source-Welt was raus. Also, ähm, vielleicht, vielleicht ist das eine Chance. Muss man auch mal so betrachten. Ich freu mich drauf auf jeden Fall, was da kommt. Und, ähm, ich denk, das ist auch eine Chance für uns alle natürlich. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit notwendig. Hm, na, es wird spannend, wie es mit den nächsten Versionen von Pop-OS wird. Gerade mit dem neuen Desktop. Sie wollen noch nicht auf Valen gehen, arbeiten aber auch dran mit dem Cosmic Desktop. Ich bin, ich, ich, ich bin da richtig gespannt drauf. Also, erstens, ob das Upgrade überhaupt bei meiner spezial installierten Pop-OS-Version funktioniert. Und, äh, ob, ob's, wenn's das Upgrade überlebt hat, dann dieselben Funktionen bereitstellt. Ja, da muss man abwarten. Ich bin sehr skeptisch noch, aber ich bin sehr gespannt, wenn das dann in der LTS-Version drin ist. Dann werde ich das, ich glaube, richtig zerpflücken. Freu ich mich schon drauf. Positiv natürlich. Na, oder negativ, je nachdem. Oder negativ, na schon, ja. Hm. Dann haben wir ja quasi schon eine Jubiläumsfolge, ja, Jubiläum nicht, ne, aber was wolltest du sagen noch? Sonst hätte ich gesagt, wir haben ja schon eine große Jubiläumsfolge, ne, und fasst das ganze Jahr durch. Ja, ich wollte so sagen, das schließt eigentlich das Jahr relativ gut ab, würde ich mal behaupten. Ich hätte euch jetzt nur noch selber gefragt, ob ihr so ein persönliches Highlight dieses Jahr hattet, was euch positiv, negativ überrascht hat in Bezug auf Linux Open Source. Gerne auch alle Leute, die gerade live im Chat dabei sind, gerne mitbeteiligen an diesem Austausch. Deswegen, also, gab's für euch irgendwas, was euch positiv überrascht hat dieses Jahr? Ja, was wir nicht genannt hatten, natürlich. Hm. Also, mir fällt natürlich Debian 12 direkt ein, das hatten wir aber jetzt schon groß durchgekaut. Hm, ansonsten. Flutter hat mich ein bisschen negativ enttäuscht, ist ja auch ein Open Source Projekt. Ich hab' ich auch für einen Linux Assistant, das funktioniert nicht immer so rund, wie ich mir das vorstelle. Ähm, bei manchen Systemen. Und was mich positiv überrascht, oder wo ich grad relativ viel Zeit reinstecke, ist Django, ne? Das, äh, dieses Python Framework, Open Source Framework. Das bringt wirklich erstaunlich viel mit, oder generell, was so in dieser Web-App-Szene ist. Ich bin da ja auch echt noch gar nicht so lang. Ähm, was da alles Open Source ist und, ähm, was da für Innovation ist, ist schon auch sehr bemerkenswert. Ist natürlich so ein bisschen abgewendet von unserer normalen Linux-Welt. Ja, aber ist ja trotzdem ein Open Source Framework. Auf jeden Fall. Du noch was, Hauke? Ähm, jetzt zieh' ich wieder die Stimmung ein bisschen runter. Das wollen wir vielleicht nicht. Das wollen wir nicht. Okay, gut, dann ist alles toll dieses Jahr gewesen. Ich sag' jetzt nichts mehr. Nee, macht euch immer richtig. Also, ich hab' ja, äh, Server auch umgestellt und, ähm, ein DBN-11-Server, da, äh, lief Mailman, äh, die, die leidige Geschichte mit dem Mailman, äh, ich glaub', stimmt, ich hab', er hatte den ja schon von zwei auf drei umgestellt. Also, auf dem 11er lief ein Mailman 3. Das war jetzt auch nicht so einfach. An einer Stelle bin ich denn falsch abgebogen damals, als ich es umgestellt habe, aber hinterher lief es denn wieder. So, und dann dachte ich, ha, 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 jetzt stellst du um von DBN 11 auf 12. Was soll da schon schief gehen? Mailman. Denn, äh, äh, bei Mailman, äh, das ist auch Django, also von daher bin ich auf Django nicht so gut zu sprechen, haben sie da leider genommen. Und das hat sich insofern irgendwo zerlegt. Also, das ging gar nicht mehr und mit ganz viel Gefrickel und Nachlesen, also ich hab' auch, ich hatte so keinen Bock mehr auf dieses Ding. Das hat mich schon geärgert von zwei auf drei Umstellen in den Mailman und, ähm, dieses Mistding hatte sich dann wieder zerlegt bei, äh, der Umstellung von DBN, ne, äh, 11 auf 12. Ging schon wieder nicht. Obskure Fehlermeldungen geguckt, gemacht und so und, äh, ich hab' das wirklich in mehreren Tagen gemacht. Ich hatte auch Pausen dazwischen, ich hatte kein, ich hatte echt die Schnauze voll. Schon wieder ist dieser Dreck kaputt. Ähm, und ich fühle dich so. Irgendwelche komischen Einstellungen in irgendwelchen Textdateien, wo, damit ich den Kram wieder zum Laufen gekriegt habe und sonst irgendwas. Ich weiß bis heute nicht wirklich, was ich dort gemacht habe. Aber das fand ich war so ein bisschen, dass Lowlight dabei eigentlich Debian funktioniert insofern und normalerweise haben die, äh, auch so Migrationsskripte, die, äh, benötigte Anpassungen denn vornehmen. Und wenn wirklich so, äh, so ein Bruch ist von einer Softwareversion zur nächsten Version, dann muss was gemacht werden, damit das Zeug jedenfalls weiterläuft. Und das hat dann nicht funktioniert. Also das war so mein, äh, Negativbeispiel, was ich in diesem Jahr erlebt habe und was mir jetzt noch so im Gedächtnis geblieben ist. Aber ansonsten, nö, jetzt waren wir eigentlich nicht wirklich was Negatives. Positiv, positiv. Positiv hatten wir ja schon. Also die KI-Sachen, die sehr cool, was ich da gerade getan habe in den letzten Monaten. Ah, das hatten wir. Also, äh, also die, die guten Sachen haben wir ja eigentlich schon alle verarbeitet in Tux-Flash-Folgen, weil wir uns drüber gefreut haben. Und, ähm, ja, also wirklich viel negatives Microsoft-Service-Vertrag, der uns ja zum Glück nicht mit, also nicht jedenfalls nicht. Ich habe damit nichts zu tun, aber, ähm, ja. Zumindest nicht in Gänze. Oder jedenfalls nicht als aktiver Nutzer, was weiß ich, was irgendwelche Firmen mit meinen Daten dort tun. Aber da, äh, habe ich sowieso wenig Hoffnung auch vorher schon gehabt. Ja. Gut, Stimmung im Keller, jetzt, äh, muss ich den Kahn wieder aus dem Dreck ziehen, okay. Jetzt musst du auch noch mal richtig reinklotzen und noch mal ziehen. Ja, äh, ganz kurz noch mal hier aus der Community, äh, Proxmox 8, ja, richtig genialer, solider Sprung. Und Kernel 6 wurde hier noch, beziehungsweise 6.1 und eigentlich auch 6.6, der letzte LTS-Kernel. Also beide Kernel habe ich bis jetzt wenig Negatives gehört und das ist ja schon mal gut. Aber generell hat man eigentlich nichts Negatives aus dem Kernel-Spektrum dieses Jahr gehört, oder? So groß. Außer, dass sie den LTS-Zeitraum verkürzt haben oder verkürzen. Von 5 auf 2 Jahren, glaube ich, war das so? Ich glaube 3. Das ist krumm geworden. Ah, okay. Von 5 auf 3. Ja, ich glaube, das könnte sein, ja. Das aber ansonsten gab's nichts, gab's keinen Shitstorm, gab's nix dieses Jahr. Das ist eigentlich ganz angenehm, so kann das weiterlaufen. Genau, denke ich auch. Ähm, noch mal kurz, mein Highlight hat sich sogar, also mein persönliches Highlight hat sich sogar erst, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, dieses, das vorletzte Wochenende, das letzte Wochenende? Letztes oder vorletztes Wochenende? Also vor wenigen Tagen, grenzen wir es so, einer eignet. Ähm, die Leute, die regelmäßig meinen Stream sehen und damit auch meinen Hintergrund beobachten können, haben's vielleicht schon gemerkt, im Hintergrund hat sich leicht was verändert. Die eine Bassgitarre steht nicht mehr da, wo sie vorher stand, da steht jetzt ein neuer Verstärker. Und dieser Verstärker hat einen USB-Port zum Aufnehmen am PC. Natürlich nur vom Hersteller Windows- und Mac-Software rausgegeben. Und ich habe nichts dazu im Internet gefunden, ob das Ding einen Linux-Support oder ähnliches hat und ob das Ding funktionieren wird. Ich hatte eh Bock drauf, also habe ich es mir so oder so gekauft und war wirklich positiv überrascht. Es war wirklich Plug and Play. Das Ding wird aktuell unter aktuellen Linux-Distributionen problemlos erkannt als Audio-Eingabegerät oder Interface als Aufnahmegerät. Und ich kann es wunderbar in der VM durchschleifen, um die Software zu bedienen. Denn auch wenn ich Windows vorhin so ein bisschen mit Garuda ein bisschen verarscht habe, ich nutze Windows auch noch irgendwo. Darf man nicht vergessen. Es ist nicht alles doof in Windows. Nur, ja, datenschutztechnisch ein bisschen fraglich, sagen wir es mal so. Aber das hat mich überrascht. Also dieser Fender-Verstärker wird erkannt. Ich kann jetzt aufnehmen damit. Tipptopp. Sehr cool. Perfekt. Was kommt da raus? Also ist das so ein Analog-Modeling-Dings oder sind da noch wirklich Röhren drin? Oder was ist das für einer? Das ist ein Digital-Modeling. Also das wird als SDFI-Interface, glaube ich, dann erkannt. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber es wird wirklich als Input-Interface erkannt. Also ich war überrascht. Und du kannst quasi entscheiden, ob dieses verzerrte Signal auf den Lautsprecher, der eingebaut ist, gegeben wird. Oder bloß über die Soundkarte rausgegeben? Oder wie? Ich kann den Verstärker, also das ist eh ein Verstärker, der hat ganz viele Modeling-Geschichten drin. Auch 30 voreingestellt. Und so wie ich sie dort einstelle, kommt es auch am PC an. Ist das das, was du wissen wolltest? Also das, was ich am Verstärker habe, kommt dort an. Ja, aber dieser Lautsprecher, der in dem Gerät drin ist, den kannst du quasi stumm schalten und am PC hörst du es? Könnte ich machen, ja. Ah, okay. Ja, okay. Interessant. Eigentlich gar nicht blöd, die Idee, ne? Also Effektgerät plus Soundkarte und Lautsprecher und so. Also allein wegen den Effekten und wegen dem deutlich besseren Qualität habe ich mir geholt. Und da ist ein Stimmgerät drin. Also ich habe jetzt einen kleinen Ort weniger hier sinnlos rumliegen. Alleine dafür hat es sich gelohnt. Nein, Quatsch. Also ist natürlich deutlich effektvoller, einen Verstärker hinzustellen, als wenn du in der Vitrine ein Stimmgerät hinlegst. Also das macht optisch doch schon deutlich mehr. Das macht auch audiotechnisch deutlich mehr. Ja. Allein schon vom Schalldruck. Auf jeden Fall. Die Nachbarn freuen sich. Hm. Das doch nicht so. Na wobei, das hält sich Gott sei Dank alles in Grenzen. Der steht ja nicht umsonst weiter oben, damit die Nachbarn unten drunter nicht so viel Vibrator abbekommen. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Also das war mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Und in diesem Sinne, oh, freuen wir uns, denke ich mal, alle auf Weihnachten. Und damit würde ich auch einfach mal sagen, das war jetzt eine recht lange Folge, aber das war auch eine gute Folge, dass wir mal das Jahr resümieren konnten. Und ich denke mal, auch schön abschließen. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei sein dürfen und zuhören. Und genau. Ja, also habt eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und verpasst natürlich nicht den nächsten Tuxflash, den es dann gibt irgendwann im Januar. Irgendwann so Mitte Januar vielleicht. Je nachdem, wie ihr Lust und Zeit habt. Genau. Denke ich mal. Oh, hier, Highlight Raspberry Pi wurde noch kurz reingeschoben. Ja, ja, den Fünfer. Genau. Raspberry Pi 5, habe ich nicht Fünfer gesagt. Ich meine, steht sogar so drin. Der kam überraschend. Also, das, also ich habe auch noch keinen in der Hand gehabt und, ja, ich weiß nicht. Also, wirklich eine Verwendung habe ich dafür auch nicht. Aber es ist bestimmt ein tolles Stück Technik, aber es fehlt im Moment eher so am Bedarf dabei, ja. Also, ich habe nur noch die Vierer und meine Nass funktioniert nur mit dem Vierer. Aber, naja. Ja. Ja, das sind Luxus-Probleme, ne? Ach, das funktioniert immer noch. Da kann das nicht mal kaputt gehen, damit ich eine Ausrede habe, dass ich jetzt unbedingt was Neues brauche. Nee, das soll bitte nicht kaputt gehen. Ich habe mir jetzt extra noch eine Knopfzellenbatterie bestellen müssen, weil die kein Elektrogerät hier vorrätig hat, damit ich diese Real-Time-Clock von diesem Nass-Board benutzen kann. Damit ich auch die Nass nur noch laufen kann, wenn die Backup-Jobs durchgehen. Das ist so eine schöne Ergänzung zu meinem Stromsparen beim Homelab-Vortrag von den Keylooks. Aber kommt jetzt erst dran. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich was draus, vielleicht nicht. Ja. War die Leitung jetzt weg? Nee, ihr habt einfach nur, genau, ihr habt einfach nur spannend geschwiegen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Eigentlich haben wir wirklich alles gesagt, oder? Richtig. Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, ich... Jean hat sich schon bedankt, das muss man nicht doppelt machen. Ich bedanke mich bei euch beiden wieder fürs Dabeisein. An jeden Zuhörer, die hat das du vorhin vergessen, die Live-Zuschauer, danke. Nochmal dann doch noch von mir. Ja, schöne Zeit haben. Erholt euch gut. Gesund bleiben ist immer wichtig. Und in diesem Sinne würde ich sagen, glaubt euch wohl. Bis ins nächste Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.